Brauchen wir Gott als Hypothese? Und wer oder was ist Gott überhaupt? Endlich, denkt sich so mancher, musste ich wirklich all diese komplizierten Folgen ansehen, um beim ersten Argument für Gottes Existenz zu landen? Die Antwort ist natürlich ja. Es ging mir nicht darum, die besonders standhaften Zuseher auszusieben, sie mürbe zu machen und endlich zu belohnen. Es ist meine Überzeugung, dass ohne den philosophischen Unterbau alle klassischen Gottesbeweise schon von vornherein fruchtlos bleiben müssen. Und das habe ich in der Tat selbst zu erfahren. Ich weiß noch, als ich im Studium den ersten philosophischen Gottesbeweis wirklich verstanden habe. Das war's, habe ich mir gedacht. Schachmatt, ihr Atheisten! Ich wunderte mich fast, warum ihnen noch niemand mit Thomas von Aquin gekommen war. Dann mach's ich halt, sprach ich und erwartete, dass die Atheisten nach kurzer Bedenkzeit reihenweise zur Kirche zurückkehren werden. Doch das geschah natürlich nicht. Und es wäre wohl auch nicht geschehen, wenn ich ein besserer und geduldiger Diskutant und meine atheistischen Gesprächspartner wirklich offen gewesen wären. Denn wenn ich mit Leuchten in den Augen vom ersten Beweger sprach, dann dachte mein Gegenüber in der Regel an jemanden, der Dominosteine anstößt und nicht an Akt und Potenz. Wenn ich von Finalität zu sprechen begann, witterten sie einen Designer, den man nicht brauche, wie sie beharrlich insistierten. Und wollte ich Finalität im Wesen der Dinge begründet wissen, hieß es, ein solches Wesen der Dinge, eine Essenz, gäbe es nicht. Darum also der hoffentlich nicht nur mühsame und komplizierte, sondern auch erhellende Einstieg in die so verschiedenen Weltbilder, zwischen denen der Philosoph vermitteln muss, wenn er Gründe für den Gottglauben liefern will. Aber nicht nur die Weltbilder unterscheiden sich. Als ich das erste Mal Dawkins, der Gotteswahn, zur Hand nahm, konnte ich es kaum glauben. Von welchem Gott redet der überhaupt? Mehr als Weltbilder unterscheiden sich nämlich oft noch die Gottesbilder. Es hat nahezu keinen Sinn, in einen Dialog zu treten, wenn unter dem Begriff Gott ganz gegensätzliche Vorstellungen ins Welt geführt werden. Durchaus brauchbar hat dies einmal mehr Edward Faeser ausbuchstabiert. Nach ihm gibt es verschiedene Stufen von dem, was man heute meist unter dem Namen Gott versteht. Wir limitieren uns hier hauptsächlich auf die westliche Welt und den christlichen Kontext, in dem auch der moderne Atheismus erwachsen ist. Die Frage nach all den anderen Göttern und wie man Religionen sinnvoll gruppieren kann, sparen wir uns für eine Episode gegen Ende des ersten Abschnitts dieser Reihe auf. Hier also die Gottesbilder, die in unserem Kulturkreis überwiegen. 1. Primitive, heidnische Gottheiten, von denen auch der kindliche oder besser kindische Gottglaube eines Christen oft nicht weit entfernt ist. Gott ist dabei ein vielleicht seit jeher existierendes, ziemlich mächtiges Wesen mit mehr oder minder menschlichen Gedanken, Motivationen oder sogar Bedürfnissen. Dieser Gott lebt an einem Ort, den Christen vielleicht Himmel nennen, und von dort waltet und schaltet diese höhere Macht. Mit Gebeten und Opfern stimmt man diese Gottheit gnädig. Man gibt Ehre und empfängt Wohltaten. In manchen Varianten ist es auch möglich oder sogar Ziel des Lebens, zu dieser Gottheit zu gelangen, ob durch quasi magische Mittel oder als Belohnung für ein bestimmtes Verhalten. Spielarten in diese Richtung gibt es viele, und die griechischen, römischen und viele andere Gottheiten der Antike gehören hier mit dazu. Doch wie gesagt, auch Christen mögen ihren Gott manchmal so verstehen oder praktisch so handeln, als sei er ein solcher. Etwas gereifter ist die Ansicht, die einen die Welt übersteigenden Gott bekennt. Man versteht, dass Gott keinen Bart und keinen Leib haben kann und seine Gedanken nicht so sind wie unsere. Dass er ein Wesen ist, ohne unsere physischen und moralischen Grenzen. Er ist Ursprung und Schöpfer. Die Welt ist sein Handwerk. So verstehen wohl die meisten erwachsenen Christen und viele Monotheisten ihren Gott. Atheisten, gerade wenn ihr Atheismus in Gegnerschaft zu einer christlichen Umgebungskultur entworfen wurde, haben oft ein Gottesbild, das irgendwo zwischen dem Kindergott oder Heidengott und diesem erwachsenen Gott angesiedelt ist. Dies zeigt nicht nur eine tiefe Analyse ihrer Argumente, sondern tritt auch in ihrer Polemik unmittelbar zu Tage. Beispiel dafür ist die Spottreligion, die der moderne Pop-Atheismus gebildet hat und worin man sich mit Wortwitz gefällt. Als sogenannte Pastafari huldigen sie dem fliegenden Spaghetti-Monster und meinen in der Parodie die Absurdität anderer Religionen zu offenbaren. Doch sie offenbaren mit der Spiegelung auch das Gottesbild, gegen das sie sich wenden. Für heidnische oder kindische Gottesbilder mag ihre Polemik verheerend sein. Aber der Gott der Spaghetti-Kategorie ist eine Vereinfachung und Verzerrung eines Gottes, wie ihn Monotheisten mit etwas theologischer Bildung und Reife bekennen. Ein Christ würde zum Beispiel darauf bestehen, dass keine Beschreibung Gottes in der Bibel einfach unreflektiert übernommen werden kann, ohne das reinigende Gebot, du sollst dir kein Bild von Gott machen. Denn bei diesem Verbot geht es am Ende nicht nur um Götzen aus Stein und Holz, Eisen und Gold, sondern um die Erkenntnis, dass Gott größer ist als der menschliche Verstand. Und dies führt uns zum nächsten Erkenntnisschritt im Gottesbild. Dieses Gottesbild ist philosophisch, ohne im christlichen Fall unbiblisch zu sein. Es versteht die biblischen Bilder als Verweis, ohne Gott darin einzugrenzen. Es versteht die biblischen Bilder in ihrer Gesamtheit. Gott ist hier, und das ist fundamental, kein Wesen unter anderen Wesen, auch nicht das Mächtigste. Denn Gott ist nicht Teil des Kosmos, ein Objekt unter anderen Objekten. Er teilt mit der Welt nicht Raum und Zeit. Vielmehr ist Gott transzendent, sprich, er übersteigt den Kosmos und hält in jedem Moment diesen im Dasein. Gott ist dabei also nicht wie ein Uhrmacher, der am Beginn eine Welt schuf, die nun gleichsam neben ihm existiert. Die Welt ist mehr wie die Melodie eines Musikers, die in jedem Moment von dem abhängt, der musiziert. Gott ist das Sein, der Actus Purus, der reine Akt ohne Potentialität. Er hat nicht Eigenschaften und Vollkommenheiten, er ist diese Eigenschaften und Vollkommenheiten. Alles, was wir von Gott sagen, können wir nur analog sagen. Wir sagen, es sind Gleichnissen und Bildern, weil solche auf etwas verweisen können, ohne Gott zu begrenzen. Wenn wir gemäß der Offenbarung zum Beispiel sagen, Gott ist die Liebe, dann gibt es eine Ähnlichkeit, aber eben auch eine Unähnlichkeit zu unserer menschlichen Liebe. Nie dürfen wir meinen, unser Verständnis von menschlicher Liebe schöpfe Gott aus. Theologie versteht sich daher zu einem guten Teil als wir negativer. Das heißt, sie versteht, dass es in Wahrheit leichter ist, zu sagen, was Gott nicht ist, als was er ist. So wie Thomas von Aquinas formulierte. Faeser führt nach dieser dritten Stufe des Gottesverständnisses zwei weitere an. Sie sind streng genommen nicht Gegenstand der Religionsphilosophie, sondern der christlichen Theologie. Aber aus didaktischen Gründen kann man sie hier trotzdem kurz erwähnen. Jenseits des Verständnisses aus Philosophie und Offenbarung gibt es die quasi-experimentelle Erfahrung Gottes in der Mystik. Sie steht nicht gegen die zuvor gewonnene Erkenntnis und doch fehlen ihr menschliche Worte, um sie auszudrücken. Beispiel dafür ist Thomas von Aquinas selbst, der nach einer mystischen Erfahrung der Größe Gottes sein theologisches Schreiben eingestellt hat. Nicht falsch, aber doch nur wie Stroh im Vergleich zur Wirklichkeit schien ihm das, was er bisher in seinem Leben über Gott zu Papier gebracht hatte. Die fünfte Stufe der Gotteserkenntnis, das Gottesbild, das kein Bild mehr ist, erwarten Christen in der Ewigkeit. Dass sie dort Gott zu sehen hoffen, wie er ist. Die Visio Piatifica, die glückselige Gottesschau. Sie charakterisiert die christliche Vorstellung der Ewigkeit. Die ersten drei dieser fünf Stufen von Gottesbildern oder Stufen der Gotteserkenntnis zeigen, warum Diskussionen über Gott oft schon am Begriff Gott scheitern. Autoren wie Dawkins beispielsweise betrachten Gott als innerweltliche Ursache, als Ursache, deren Erklärungskraft durch genauere Erkenntnisse der Biologie, Physik, Chemie und Psychologie weitgehend obsolet geworden ist. Es mag noch offene Fragen geben, aber der Trend ist klar. Gott als Erklärung für Vorgänge bleiben immer weniger Rückzugsgebiete. Dawkins versteht Gott als einen nunmehr obsoleten God of the Gaps, einen Gott der Lücken. Das Konzept vom Gott der Lücke blickt schon auf eine lange Geschichte zurück. Während Nietzsche den Gott der Lücke den Priestern in die Schuhe schob, tauchte er eigentlich schon wesentlich prominenter und früher im mechanistischen Weltbild der Moderne auf. Newtons großes Meisterstück war die Erklärung des planetaren Orbits mit Hilfe der Gravitation. Doch so schön die Lösung am Papier schien, plagte Newton die Sorge, dass die Vielzahl der Planeten sich gegenseitig aus der Bahn werfen und alles im Chaos münden müsse. Was war Newtons Antwort? Gott. Gott greife hin und wieder ein, um alles zurück ins Lot zu bringen. Geboren war der Gott der Lücke und mit ihm ein völlig neues Feld des Gottesbeweises. Während sich Thomas von Aquin ein paar hundert Jahre früher natürlich die Frage gestellt hatte, ob die Welt ohne Gott erklärbar sei, suchte er seine Antworten nicht in irdischen Vorgängen, wo man nach primitiven Wissenstand an jeder Ecke Gott vermuten hätte können. Im Gegenteil. Und dabei war ihm die naturalistische Fragestellung selbst keineswegs unbekannt. In seiner Besprechung der Frage, ob Gott existiere, gibt Thomas den erstaunlich modernen Einwand wieder, alles, was in der Welt verursacht wird, kann auf weltliche Ursachen zurückgehen. Gott braucht es nicht. Wie antwortet nun Thomas von Aquin? Er sagt nicht, falsch, den Beginn des Lebens kann man ohne Schöpfer nicht erklären. Oder, ohne Gott würde uns der Himmel auf den Kopf fallen. Nein. Thomas sucht keine Erklärungslücken in der natürlichen Welt, in die er Gott als Hypothese hineinstopfen kann. Denn für den Aquinaten lässt sich hier kein wirklicher Beweis erbringen. Er verbindet stattdessen grundlegende Beobachtungen, die außer Streit stehen, mit metaphysischen Wahrheiten und entwickelt daraus seine fünf Gottesbeweise, die wir später noch untersuchen werden. Bei Newton hingegen war Gott zum Füller einer Lücke geworden. Eine Lücke, aus der 100 Jahre später durch die wissenschaftliche Arbeit von Pierre-Simon Laplace gebannt wurde. Denn dieser zeigte, dass die Planetenbahnen auch ohne göttlichen Eingriff stabil bleiben. Gott blieben damals natürlich noch andere Lücken. Vorerst. Er diente hier und dort als Erklärung. Er durfte der Uhrmacher im Weltgetriebe des William Paley sein und füllt bis in die jüngste Zeit herauf als Intelligent Designer die Lücken jener Theorien, die eine nicht reduzierbare Komplexität entdeckt haben wollen. Und wenn es tatsächlich solche Lücken gäbe, dann wäre es gewiss ein Argument für Gott. Doch seit Newton befindet sich der Gott der Lücke auf dem Rückzug. Verstehen löst ihn ab. Und es ist nicht verwunderlich, dass heute viele Wissenschaftler keinen Grund sehen, dass dieser Trend jemals ein Ende finden soll. Gott ist nur der Platzhalter für leichtgläubige Menschen in den Fragen, die wir noch nicht ausreichend klären können. Gott ist eine Hypothese, die wir, probabilistisch gesehen, nie brauchen werden. Er ist höchstwahrscheinlich eine überflüssige Hypothese, die durch das bekannte Rasiermesser Occams als überholt gelten kann. Die Argumente, die wir uns nun in dieser Reihe ansehen werden, sind aber genau keine Argumente für einen Lückenbüßer-Gott. Sie sind nicht Teil eines religiösen Rückzugsgefechts. Denn lange bevor das mechanistische Weltbild auch den Gott der Lücke erfunden hat, hätte sich damit kein Philosoph zufrieden gegeben. Sie wollten keine Gott-Hypothese. Sie suchten einen Gottesbeweis. Und die Richtungen, in die dabei gedacht wurde, sind kosmologischer, ontologischer und moralischer Art. Diese drei Kategorien sehen wir uns zuerst an und fügen dann der Vollständigkeit halber noch Probabilitätsargumente hinzu, bevor wir uns mit separaten Einwänden gegen den Gottglauben auseinandersetzen.